Hi, ich bin Lorin und solange ich denken kann, wollte ich berühmt werden. Aber ich wollte nicht nur für irgendwas berühmt werden. Ich habe mir immer vorgestellt, ein Rockstar zu sein und vor Millionen von Fans in ein Mikrofon zu schreien, wie mein Idol. Niemand in meiner Familie mochte Musik, im Gegenteil, alle hassten sie geradezu. Das Einzige, was Papa sich jemals anschaute, waren die langweiligen Nachrichten im Fernsehen. Oh Mann, und meine Geschwister waren einfach genauso wie er. Ja, ich verstehe es nicht. Ich meine, was ist an Musik so schrecklich? Jedes Mal, wenn ich Musik anmachte, schrie mein Vater mich an. Geh in dein Zimmer und setz dir Kopfhörer auf. Ich kann nicht glauben, dass eines meiner Kinder einfach so ist. Also habe ich das getan und ich verlor mich so sehr in der Musik, dass ich anfing, laut zu singen. Das Problem war nur, dass jedes Mal, wenn ich mich richtig gehen ließ und mir die Seele aus dem Leib sang, jemand aus meiner Familie reinkam und an die Tür hämmerte. Sei leiser da drin! Du bist so nervig! Und jedes Mal, wenn das passierte, sang ich einfach noch lauter. Ich habe das erst später herausgefunden, aber eines Tages, als ich wie immer laut in meinem Zimmer sang, kam der Freund meines Vaters zu Besuch und hörte sich meine Stimme an. Oh mein Gott! Was für eine schöne Stimme! Wer ist hier der Sänger? Keiner! Och komm schon! Ruf sie! Du weißt, dass ich Verbindung zu jemandem habe, der sie zu einer berühmten Sängerin machen kann. Ach ja? Also bist du jetzt dieser Engel, der geschickt wurde, um ihr Leben zu ändern? Ruf sie einfach! Sie ist diejenige mit der Engelsstimme. Ich wusste, dass ich mich um meine Angelegenheiten kümmerte, als Dad an die Tür klopfte und schrie, ich unterstreiche hier gar nichts. Mein Freund hat sich so geärgert, dass er gegangen ist. Also klappe jetzt! Eine Weile später kam meine ganze Familie herein und meine Schwester sagte, das ist, als würde man Nägel auf der Tafel hören. Und mein Bruder sagte, es ist, als würde man einer sterbenden Ziege zu hören. Meine Mutter brach in Tränen aus und sagte, Musik und Gesang, verdirb dir das Gehirn! Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen und schrie zurück, nein, es ist nicht! Eines Tages werde ich eine berühmte Sängerin sein und ihr werdet alle darum betteln, zu meinen Konzerten zu kommen. Dad sah schockiert aus, als er meine Antwort hörte und sagte, Oh, jetzt antwortest du also auf einmal, hä? Sieht so aus, als würden wir dir deine Musik wegnehmen wollen. Bevor ich sie aufhalten konnte, nahmen sie alles mit. Meine Stereoanlage, mein iPod, meine CDs, mein Computer. Dad hat alles zertrümmert. Das war's. Du hast dich mit der falschen Person angelegt. Ihr könnt mich nicht davon abhalten, das zu tun, was ich liebe. Wenn sie dachten, mein Zeug wegzuwerfen, würde mich von Musikhören abhalten, dann lagen sie ganz falsch. Am nächsten Tag in der Schule rannte ich zu meiner besten Freundin und warf all meine Ersparnisse vor ihr hin. Wir gehen auf ein Rockkonzert. Kannst du dir Tickets besorgen? Was? Bist du verrückt? Deine Eltern werden dich umbringen. Das ist mir egal. Sie besitzen mich nicht. Als sie sah, wie entschlossen ich war, sagte sie, dass ihr Bruder sie wahrscheinlich besorgen könnte. Aber wie willst du so spät noch rauskommen? Ich hab nur gelacht und ihr zugezwinkert. Ich hab meine Wege. In der Nacht des Konzertes ging ich zu meiner Schwester. Du musst in meinem Bett schlafen. Lol, das hättest du wohl gern, Plagegeist. Du gehst raus und ich sag's, Papa, das wird ein Spaß. Dann werde ich wohl sagen, dass du jeden Abend einen Freund in dein Zimmer einlädst. Oh mein Gott! Willst du mich erpressen? Das würde er dir nie glauben. Ich grinste und wedelte mit meinem Handy vor ihrem Gesicht herum. Er wird das Bild glauben, das ich habe. Sie gab nach. Easy peasy. Ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, weil ich sie erpresst hatte. Aber es war nicht meine Schuld, dass sie so dumm war und nicht mal in mein Handy geschaut hatte. Ich hatte ja gar keine Bilder. Und ehe ich mich versah, lief ich in die Menge von Hunderttausenden von Menschen. Aufgeregt wie ich war, hatte ich keine Ahnung, dass sich mein Leben für immer verändern würde. Alle schrien und brüllten vor Aufregung über das, was wir alle gleich sehen würden. Überall wo ich hinsah, sangen, tanzten und lachten die Leute. Und als die Musik endlich anfing, erhaschte ich einen ersten Blick auf die Person, von der ich wusste, dass ich dazu bestimmt war, sie zu werden. Ein überlebensgroßer, gitarrenschwingender, bühnenspringender, haarsträubender Rockstar. Plötzlich ging die Bühne in Flammen auf und überall blitzten Lichter auf. Und die Menge drehte durch. Alle schrien, als der Rockstar auf die Bühne kam. Jetzt kam einer meiner Lieblingssongs, eine Göttin. Und ich sang es mit, so laut wie ich konnte. Ich kannte jedes Wort. Ich konnte es nicht glauben, wirklich so nah bei ihr zu sein. Meine Augen funkelten. Wow, das war so toll. Das war der Moment, an dem jemand meine Hand ergriff und anfing, mich näher an die Bühne zu ziehen. Wir drängten uns durch, um so nah wie möglich zu kommen. Und als das Lied zu Ende war, reichte mir jemand einen Blumenstrauß und sagte mir, ich soll ihn auf die Bühne werfen. Ich tat es und der Rockstar hob ihn auf und sah mich direkt an und ich scherzte nicht. Sie zwinkerte. Dann hörte die Musik auf und sie verneigte sich und nahm sich einen langen Moment Zeit, bevor sie sich das Mikrofon schnappte und das Verrückteste sagte, was ich mir je hätte vorstellen können zu hören. Jetzt möchte ich einen besonderen Menschen auf die Bühne bitten, der meinen nächsten Song für mich singt. Die Menge war so wild, dass ich mich nicht einmal hätte hören können. Ich schrie lauter, als ich es je in meinem Leben getan habe. Und ich konnte es nicht glauben, als sie mich wieder direkt ansah und sagte, du, wer hat die Blumen geworfen? Komm hier hoch. Ich musste nicht einmal auf die Bühne klettern, denn ich wurde buchstäblich von all den Leuten in die Luft gehoben und auf die Bühne geworfen. Der Rockstar schaute zu ihrer Band, hob die Hand und sagte, und eins, und zwei, und drei. Und sie reichte mir das Mikrofon und die Band begann den nächsten Song. Ich war wie gelähmt vor Angst. Ich drehte mich um und sah tausende Menschen, die vor Begeisterung schrien. Und bis zum heutigen Tag habe ich keine Ahnung wie, Aber ich öffnete meinen Mund und begann zu singen. Es ist verrückt. Meine Nacht ist vernebelt. Ich rocke diese Bühne. Ich brech den Käfig auf. Heute Nacht bin ich frei. Wir rocken diese Bühne heute Nacht. Wir stehen und wir kämpfen. Wir leuchten im Licht. Meine Nacht ist so neblig. Ich rocke diese Bühne und sprenge den Käfig. Heute Nacht bin ich frei. Die größte Überraschung war jedoch, dass die Leute es liebten. Es war das Gegenteil von dem, was meine Familie immer sagte. Ich war ne tolle Sängerin. Und plötzlich war ich ein echter Rockstar. Als der Song zu Ende war, drehte ich mich um und sah sie hinter der Bühne. Minuten später kam der Rockstar und ihre Band wieder zu mir. Und sie sagte, hey Kleine, ich wär zu alt für sowas. Heute Abend war mein letzter Auftritt und jetzt gebe ich die Fackel an dich weiter. Sie reichte mir ihr Mikrofon, lächelte mich an und ging weg. War das ein Scherz? Ihre ganze Band sah mich an, als ob sie wollten, dass ich etwas sage. Ich sagte das Einzige, was mir einfiel. Ähm, ja, okay. Und so einfach war ich die neue Liedsängerin für eine der berühmtesten Rockbands der Welt. Als ich mit einem Plattenvertrag, einer Million Dollar und einem persönlichen Assistenten, der mein neues Leben als Rockstar organisieren sollte, nach Hause zurückkehrte, machte meine Familie eine komplette Kehrtwende. Dad war überhaupt nicht mehr sauer, dass ich mich rausschlich. Er hat mich umarmt. Meine Tochter, meine liebe Tochter, du machst deinen Vater so stolz und reich. Bevor irgendjemand von uns blinzeln konnte, hatte ich plötzlich Agenten und Manager und einen Stylisten. Ich bekam eine komplette neue Garderobe und einen Fahrer, der mich zu jeder Tageszeit überall hinbrachte, wohin ich wollte. Die Band plant eine Weltturnier für den Sommer. Und wir planten, überall aufzutreten. Überall, wo ich hinging, schrien die Leute meinen Namen. Ich tat plötzlich genau das, wovon ich geträumt hatte, während ich in meinem Schlafzimmer herumtanzte. Ich bekam Fanpost aus jedem Winkel der Erde. Und ich hatte so große Schmucksammlungen, dass ich ein ganzes zweites Haus kaufen musste, nur um alles daran aufzubewahren. Überall, wo ich hinging, machten die Leute Fotos und baten um Autogramme. Ich war auf den Titelseiten von Magazinen und ich habe mit einigen der berühmtesten Musiker aller Zeiten Musik gemacht. Ich wohnte immer noch in einer riesigen Penthouse-Suite von einem Hotel. Aber die Dinge änderten sich bald. Nachdem ich monatelang so gelebt hatte, begann ich wirklich sehr erschöpft zu sein. Obwohl ich überall hinreiste, die berühmtesten Musiker traf und Millionen und Abermillionen von Dollar verdiente, fühlte es sich nicht an wie ein Urlaub. Es fühlte sich eher an wie eine lästige Pflicht. Aber alle dachten, es wäre wie ein Urlaub. Ich habe bis spät gearbeitet und musste früh aufstehen. Ich stieg in so viele Flugzeuge, dass ich keine Ahnung hatte, in welchem Teil der Welt ich mich befand. Eines Tages versuchte ich schließlich, einen Kurzurlaub zu machen. Aber ich konnte nicht einmal das Hotel verlassen, weil draußen ein Mob wartete, um Fotos mit mir zu machen. Es gab keinen einzigen Ort, an den ich gehen konnte, ohne dass mich jemand für ein Foto bedrängte oder mir ein Kompliment machen wollte. Ein Fan sagte mir, dass mein Haar so schön sei und dann versuchte sie, mir die Haare auszureißen, damit sie welche haben konnte. Einmal riefen meine Eltern an und sagten mir, dass Fans in unser Haus eingebrochen waren, um Dinge von mir zu finden. Es war, als ob ich ein Zootier wäre. Das Schlimmste aber war, dass ich nicht mehr wusste, wem ich vertrauen oder mit wem ich reden konnte. Meine beste Freundin, die mich zum Konzert mitnahm, wollte immer nur mit mir abhängen, wenn ich zu Partys eingeladen war. Meine ohnehin schon egoistischen Geschwister riefen immer nur dann an, wenn sie was wollten und das war eine Menge. Hey, wir waren schon immer die nettesten Geschwister. Warum stellst du nicht uns dieser Berühmtheit vor? Tut mir leid, ich kann nicht. Äh, natürlich kannst du, du bist ja berühmt. Okay, dann besorg uns wenigstens Freikarten für die Konzerte. Ich sagte, ich kann das nicht. Tut mir leid. Hör auf zu lügen. Du bist so ein Angeber und hältst dich für wichtig. Du bist immer nur ein dummer Sänger. Nichts weiter. Und sie legten auf. Meine Eltern waren die Schlimmsten. Sie gaben plötzlich Interviews im Fernsehen und erzählten der ganzen Welt, wie sehr sie mich unterstützten, als ich ihnen sagte, dass ich Sängerin werden wollte. Sie ernten Lob für mein Glück und meine harte Arbeit. Und überall, wo ich hinsah, wollte jemand was von mir. Niemand fragte mich überhaupt, wie es mir ging. Ich war gefangen und mir wurde klar, dass ich gar nicht mehr gerne singe. Eines Tages, als ich auf der Bühne stand, merkte ich, dass ich mich selbst nicht einmal singen hören konnte, weil alle so laut schrien. Und da beschloss ich, wenn ich nicht einmal die Sache genießen konnte, die ich wirklich liebte, wollte ich sie nicht. Und das bedeutete, dass ich genau das tun würde, was mir angetan wurde. Und ich musste jemanden finden, der meinen Platz einnimmt. Ich scannte die Menge vor mir, bis ich ein Mädchen sah, das alle Texte meiner Lieder mitsang. Am Ende des Liedes nahm ich mir einen langen Moment, drehte mich zur Menge und sagte, ich möchte eine glückliche Person auf die Bühne einladen, die einen meiner Songs singt. Und ich rief das Mädchen auf die Bühne und Junge, sie war so gut. Und sie schien super aufgeregt zu sein, auf der Bühne zu stehen. Sobald das Konzert vorbei war, sagte ich ihr, dass die Band ihr gehört. Dann habe ich mir einen Blumenstrauß geschnappt und bin aus dem Konzert gegangen und niemand ist mir gefolgt. Alle waren zu aufgeregt, die neue Sängerin zu treffen.